Liebe Menschen in Niederösterreich, herzlich willkommen zur nunmehr zweiten Folge unseres neuen Videoformates. Diesmal, das verrät bereits der Hintergrund, zu einem spannungsgeladenen Thema. Ja, der Strompreisindex ist seit August 2021 bis heute um fast 250 Prozent gestiegen. Und deshalb hat unsere wunderbare Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner uns vor einigen Tagen ein wirklich tolles Geschenk angekündigt. Nachdem ihr Vorschlag zur Einschränkung auf nur mehr drei Ballkleider offensichtlich nicht ganz so der Rennerbahn, versucht er sich jetzt offensichtlich in einem neuen Genre. Nämlich einer Strompreisentlastung, gesponsert durch die Niederösterreichische Landesregierung. Für alle Menschen in diesem Bundesland. Und das schon ab Oktober, also rechtzeitig vor den nächsten Landtagswahlen war. Das ist sicher nur ein Zufall. Und das Ganze wird finanziert, richtig, aus unserem Steuergeldern. Und zwar mit rund 250 Millionen. Dabei hat allein die Energieversorgung Niederösterreich, oder kurz EVN, mit den weit überhöhten Strompreisen ihren Jahresüberschuss im vergangenen Geschäftsjahr um zwei Dritteln auf bemerkenswerte 325 Millionen Euro gesteigert. Die EVN ist übrigens mehrheitlich im Besitz des Landes Niederösterreich und die Stromerzeugung erfolgt nach eigenen Angaben überwiegend aus Wasserkraft. Und jetzt erklärt mir bitte jemand, wieso der Strom überhaupt um so viel teurer wurde. Der Einkaufspreis für Wasser kann es ja nicht gewesen sein. Aber genau deshalb hat die EVN ein fettes Jahresergebnis. Doch anstatt sich als Mehrheitseigentümerin darum zu kümmern, dass die EVN einfach nur wieder gerechtfertigte Strompreise verrechnet, was übrigens verrechnungstechnisch auch weit weniger Aufwand wäre, werden stattdessen lieber weiter Steuergelder verschwendet und damit die sowieso schon ausufernde Inflation noch weiter angeheizt. Nur, eine echte Strompreisreduzierung würde den Gewinn der EVN schmälern und damit wohl auch den Verdienst der dortigen Manager und zusätzlich Beteiligten. Und aus welchem Lager kommen diese? Genau. Aber nicht nur die EVN, auch der Verbund liefert Strom nach Niederösterreich. Und zwar zu über 90 Prozent aus Wasserkraft. Und auch hier sind die Strompreise weit überzogen. Das erkennt man auch daran, dass der Konzern im ersten Halbjahr 2022 einen Nettogewinn von 817 Millionen Euro verbucht hat. Das ist übrigens das zweieinhalbfache zum Vorjahr. Hier müsste der Bund als mehrheitlicher Eigentümer umgehend verantwortlich handeln. Tut aber nicht. Zumindest nicht jetzt. Im Herbst da soll es zumindest laut Qualitätsmedien auch ein Zuckerl geben. Weil man uns auch hier für dumm verkauft, um uns kurz vor der Wahl mit eigenen Geldern zu ködern. Und auch hier mit einem unfassbaren Bearbeitungsaufwand. Und gleichzeitig verdienen auch im Verbund einige gut an dieser Preistreiberei. Schon klar, für den Verbund kann unsere ehrenwerte Landeshauptfrau zwar vordergründig nichts, aber ihre Partei und einige andere aus diesem Sumpf. Und deshalb denke ich, wird es höchste Zeit, dass wir die sinkende Sonne hier im Hintergrund als Zeichen für diese Politik annehmen. Lassen wir sie alle gemeinsam untergehen. Nur im Gegensatz zur Sonne sollten wir zusammen dafür sorgen, dass diese Altparteien nicht wieder über den Horizont nach oben kommen. Sonst erleben wir nämlich eine wirklich tiefschwarze Zukunft. Und das sollten wir zusammen mit allen unseren Stimmen verhindern. Mein Name ist Gerhard Ivern. Ich habe mich schon in der ersten Folge dieses Videoformats als Sprecher des NFG-Teams Niederösterreich vorgestellt. Und wir bieten euch an, endlich wieder Politik von Menschen für Menschen zu machen. Weil wir uns nämlich weder verbieten noch kaufen lassen. Und es wird höchste Zeit, diesen ganzen Wahnsinn auf wirklich jeder Ebene ein Ende zu bereiten. Vielen Dank fürs Zuhören und wenn euch weiterhin interessiert, was ich zu sagen habe, könnt ihr diesen Kanal gerne abonnieren oder ihr besucht mich auf meiner NFG-Facebook-Seite. Bis bald und mit freundlichen Grüßen. Euer Gerhard Ivern. Dikkatzen.